Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Der Kampf hat begonnen. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Du wurdest übel zugerichtet. Für dich geht's zurück zur Basis. Hat dein Team genug Geld, kann es für deine Befreiung bezahlen.